hallo freunde der digitalen unterhaltung heute geht es um geocubelets ein rätselspiel wo es darum geht bunte gelwürfel in die richtig farbigen zielpositionen zu befördern mit den brsd tasten könnt ihr anfangen euren cube durchgegeben zu matschen wenn ihr andere cubes verschieben wollt müsst darauf achten dass immer mindestens ein feld zwischen euch frei bleibt weil ihr ein feld anlauf braucht weil sonst den anderen cube nicht verschieben könnt falls ihr einmal das verpasst könnt ihr oben rechts mit dem pfeil das spielfeld zurücksetzen das spiel besteht aus 50 level wobei die level immer komplexer werden sprich es werden in jedem level dann mehr cubes die er in die ziele befördern müsst und die hindernisse werden schwieriger zum abschluss gibt es noch ein wenig und kommentiertes gameplay wenn euch das video gefallen hat würde ich mich über ein like oder einen kommentar freuen auf wiedersehen und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020